Damit gelangen wir nun zu den nächsten Tagesordnungspunkten. Unter den Tagesordnungspunkten 8 bis 18 wird jetzt ein Konvolut an Rechnungshofberichten in einer Debatte abgehakt. Behandelt wird zum Beispiel ein Report zur Flugshow Airpower. Unter anderem beanstandet wurde, dass trotz Millionenkosten keine Nutzenanalyse für das Heer vorgenommen wurde. Bei einer Prüfung der pädagogischen Hochschulen wiederum wurde festgestellt, dass die Zahl der Fortbildungen zurückgegangen ist und ein nicht unwesentlicher Teil der Veranstaltungen dieser Art während der Kernschulzeit angeboten wird. Und so gibt es noch weitere Materien, die jetzt besprochen werden.